einen wunderschönen guten abend wir haben montag und damit wieder zeit für tap tap heroes wenn denn das update unten mal lädt können wir auch loslegen da ist es doch 50 kilobytes das war ja jetzt mal nix gucken wir mal was nach dem anniversary auf uns wartet um abchecken so was haben wir hier schön ist fürs hähnchen wir haben einmal den event hat man jetzt länger nicht und wir bekommen direkt wenn wir pakete kaufen so was sind das eispickel so in der art sieht es aus wie eispickel kriegen wir dazu dann beim event selber wenn wir pullen keine eispickel das ist wieder ich sag nix dann haben wir hier irgendwas zum aussuchen ich nehme mal zehn keys und dann spielen wir hier memory sozusagen ein eispickel kostet 200 gems jetzt ist die frage sekunde wir wollen doch mal direkt gucken kriege ich welche umsonst nö nö wir kriegen einfach keine das heißt ihr müsst ihr entweder kaufen oder für gems fünf stück am tag einlösen also das sind die sachen die man kriegen kann in stage 1 stage 2 stage 3 stage 4 stage 5 stage 6 und stage 7 sind wahrscheinlich ihre artefakte an und für sich kein schlechtes system aber ich krieg hier keine ich krieg keine umsonst außer fünf am tag für gems das sind 1000 gems pro tag oder ich kaufe mir die dinge damit das video dann auch in der offiziellen gruppe ist werde ich jetzt nichts dazu sagen bildet euch eure meinung monkey king und lorelei sind im seelenshop 8000 für lorelei 12.000 für monkey king wenn ihr da was haben wollt schnappt zu das ist so in ordnung aber mich wundert echt dass man hier jetzt nirgendwo sonst die dinger kriegt echt kurios naja gut so ist es dann halt vorschau für die kommende woche wo finde ich die nochmal war das hier ja vorschau für die folge woche und das sieht schon wieder nach ziemlich viel aus und zwar haben wir einmal artefakte zusammen und wir können achso das war moonstone sorry ragnar graal und die drachen rolle dann haben wir hier wieder die mythic zusammenbasterlei bekannt herodic runes gibt uns einen jack es gibt wieder dieses goblin wanted was jetzt auch schon läuft für nix voll pay to win das ding dann hier so summertime event für eine kiste oder artefakte und im wunderbäumchen ist sie gut das weiß ich zu begrüßen wer also noch siegig kopieren will kann seine mund bunder augen dort verballern ich selber habe auch noch welche für zwei runden könnte man dann tatsächlich mal machen okay das ist es eigentlich auch schon hier war sonst echt nichts kriegst keine von diesen spitzhacken kostenlos und nächste woche hauen die uns den goblin und die oren ernsthaft also gut ok wünsche euch eine schöne woche bleibt gesund genießt das wetter und wir hören uns dann kommenden montag wieder bis dahin bella ciao bella ciao und wicke die hände